Servus und herzlich Willkommen zurück zu Battlegrounds. Wieder dabei ist der Yves. Hi. Oh, hier sind wir nur 92 Leute? Was? Ja. Wir kommen von rechts. Warte mal. Soll man da Mitte absprengen über Rotzhock oder wie das heißt? Ja. Ja, Rotzhock, genau. Da ist doch die komische Wasserwälder. Ist das das? Ich glaube, da war es, ja. Okay, dann müssen wir jetzt dann hin. Schau, ich komme gerade wieder in den Fluss. Jetzt dann müssen wir raus, ja. Ja, eins, zwei, ah, du bist schon. Eins, Sprung. Ja. Philipp. Ich kann doch nicht bis drei zählen, Mensch. So, ja, doch. So viel verlangen. Ja, deswegen springe ich mal bei eins raus. Ah, das ist die Stadt, ich bin genau daneben, super. Aber da sind bestimmt... Das ist doch nicht die Stadt, ich bin ja komplett woanders, ey. Ah doch, das ist so, ich bin... Habs mal wieder verpeilt. Ich bin genau in Rotzhock. Drinne, oder? Ja, ich bin ein bisschen außerhalb, weil hier... Da sind Tausende von Spielern sind. In der Stadt, da bruchs nicht rein. War das nicht da, wo wir vorher waren? Das ist doch da, wo diese... Wo jetzt so extrem viele Häuser sind. Gut, ich wag jetzt einfach trotzdem, weil ich mein... Ja, ich bin schuld. Ich brauch ja Waffen. So, mache. Verband wird ein kurzes Ende. Oder haben wir mal eine super Erste Hilfe. Ich biete mir Verband an, vielleicht erschießt er mich ja nicht. Du, heute muss man mit allen Geschäften machen. Für eine Mantel, auch cool. Ich habe auch schon was gefunden. Kleines Maschinengewehr. Besser als nix. Ich habe einen Rucksack, immerhin. Umpack, 9... Keine Waffe, nix, ey. Ah, das ist doch wieder, das ist doch wieder zum Kotze, du. Ja, doch, ne Uzi. Ja, gut. Nehmen wir mal dankend mit. Ich sag dann, mehr sich seid. So, automatisch. Let's go. Naja, sonst gibt's ja nix. Wo bist'n du eigentlich? Bei der Wasserstadt, gell? Ja, genau. Gut, ich bin hier auch weit entfernt, wenn ich ehrlich bin. Ja? Naja. Warum, wo bist du? Ähm... Ah, ich bin genau in der Zone, fast. Ne, du bist in der Zone, geil. Oh, da war eines. Cool, ich habe eine neue Pistole gefunden. Was für eine? Ja, mit so Tarn... Oh, so Tarnfarbe oder was das ist. Weiß nicht. Na, warte, ich komme jetzt mal zu dir. Hast du schon ein bisschen, bist du schon mit dem Ausstaff hier drin? Ja, Mikro-Uzi habe ich heute und den Rest. Ich habe auch Mikro-Uzi. Sonst habe ich nix. Puh, ich habe ein Rot-Visier. Ne, ich habe noch eine Sion-M-Pack oder die Sion-U-K-9. Sonst gibt's in den Häuser herein gar nix. Oh, Energy-Drink. Yeah. Hey, besser als nix. Immer mehr. Irgendjemand lädt hier nach, bist du das? Hm? Sag, irgendeiner lädt hier nach bei mir in der Nähe. Ich bin's nicht, ich bin noch einigen Meter von dir entfernt. Ich muss aufpassen. Kurz ruhig, aber ich höre auch niemand. Warte mal auf mich, ich komme jetzt direkt. Ich bin vielleicht zu 100 Meter von dir entfernt. Ja, die Stadt, wo du bist, ist halt schon ziemlich groß. Wie heißt das? Rotzbeck oder was? Rotzhock oder was? Keine Ahnung. Ja, so komischer Name. Rotpunkt, wie sie, habe ich immerhin. Eine Pistole oder Revolver, naja, gut passt. Also, Uzi-Munition kann ich nicht klagen, da habe ich echt knapp 100 Schuss. Ist okay eigentlich. Ist echt heftig. Was liegt hier noch rum? Ah, wieder eine Schrotflinde. Ja, du bist da, okay. Das ist das. Ah, man ist mir fast zu offen, Mensch. Au, du bist auch. Ja, oder weniger selbst mal, was ich hier mache. Ja, kann gut gehen, muss aber nicht, ne? Weiß ich es auch nicht. War alles angeblich noch zu? Ich helfe nichts, ich habe nur so ein schwules Hemd an. Ich sehe auch, wie so ein... Ja, da vorne bist du. ...Bauarbeiter. Bauarbeiter mit Pistole, der kommt dann nebenan die Waffe halt. Hier brauchen wir so ein Motorrad hin. Ich würde sagen, gehen wir mal da hoch. Da ist so ein Leiter mit so einer Treppe so hoch. ...Haus. Hast du das, wo er rennt? Hm? Ne, Gegner, Achtung. Wo denn? Da in dem Haus, wo ich gerade bin. Oh. Ja, man hört so. Hättest du gerade geschossen? Ne. Aber ich glaube, er hat auf mich geschossen. Oh. Das ist es, es geht ab. Das höre ich ja bis dahin. Jawohl, eingetötet, sehr schön. Sehr gut. Wie viele sehen das? Oh, ich habe nur einen gesehen. Der lebt noch, oder wie? Du das aber schießt. Ja. Warum bin ich noch mal einer da? Wo ich bin? Alter, ich habe keine Munition mehr. Wieso leder nicht nach der Durbel? Ist das von der Depp, Mann? Auf dem Hügel ist der Depp. So, ich gehe mal weg. Toll, echt. Ich lege mich jetzt hin. Mir ist gerade egal. Zu mir. Ich bleibe jetzt hier liegen. Nee. Bin gerade so doof. Z legt er sich doch hin, oder? Hä? Z legt er sich doch hin. Auf Z, ja. Wo bist du? Hier, neben der Brücke, da. Achso, ich sehe dich ja, da vorne. Ich komme nicht zu dir, das ganz vergessen. Wege? Ja, weil der Typ hier noch irgendwo ist. Weiß aber nicht wo. Der wartet jetzt wahrscheinlich eh, bis ich runterkomme. Musch aber so oder so raus. Ja, soll ich machen? Bin ja aber tot. Wenn ich hier nicht Feuer treffe. Ich bin zu weit weg, glaube ich. Na ja, weiß nicht. Aber ich gehe jetzt runter. Komm, wir machen ja nichts. Ich habe es vergessen, Alter. Ich bin es aufs Maul. Hä? Ich versuche rauszukommen. Zumindest wissen sie, wo ich bin. Durch die Deckung, glaube ich. Das ist immer schlecht. Ja, wäre nicht schlecht. Dann warte mal, bitte. Wo sind denn die? Weiß ich nicht. Ich renne jetzt irgendwo hin. Ja, komm zu mir. Ich habe jetzt so eine schwule gelbe Jacke an. Das sieht mich jeder. Aber ich komme zu dir. Ja, toll, da hast du Wasser. Nee, da hast du Wasser. Dann halte ich rechts. Ich bin über die Brücke durch. Ja, ich schwimme einfach. Oder tauche einfach. Dann sieht mich erst mal recht keiner. Ich bin richtig schnell. Also einen habe ich getötet, auf jeden Fall. Ah, da vorne ist er. Wo? Ich schaue, da sind jetzt Drehfellicht. Ah, da, ja. Seht's. Jawohl, hast du ihn? Jawohl, habe ich ihn. Ja. Jawohl, ich habe ihn ausgenommen. Okay, geil. Oder? Nee, getötet ist er, ja. Aber da ist noch mehr gewesen. Es waren drei Stück insgesamt. Da ist noch einer, ja. Ah, ich sehe sie halt auch nicht. Beim Roten Haus ist auf jeden Fall noch einer. Wo ging die Orangen? Wo sind wir an, dann geht die dran. Da ist jetzt an, dann nicht fällig. Komm mal, aber. Yves. Hm? Sag, beim Roten Haus ist noch einer. Egal, ich bin jetzt weiter. Na toll, danke. Glaub. Schön, dass du mich immer unterstütze tust. Das finde ich klasse. Warum denn? Ja, weil er auf mich geschossen wird schon wieder. Ja, ich bin auch schon, ich bin hochgegangen. Na toll. An dir dann. Ich habe gesagt, beim Roten Haus. Sag mal, meine Mutter kam gerade ins Zimmer. Ja. Arschlöcher, du echt. Ich kann mal das ein bisschen rausschneiden, mal schauen. Aber ich habe gedacht, ich habe einen getroffen. Ne, ich habe einen ausgenockt, glaube ich. Ich habe ihn leider nicht. Ja, aber wenn du den ausknockt, dann kannst du ja denjenigen wieder beleben. Komm, hier kann man nicht bleiben. Ja, wir sind in der Zone auf jeden Fall. Die müssen jetzt sowieso kommen. Wer muss kommen? Da war ich schon da oben. Ja, wo sollen wir hin? Ich würde sagen, wir laufen weiter Richtung. Oder wir können runterschießen, wenn die kommen. Ja, ja. Ich habe halt nicht mehr so viel Munition. Das ist das Problem. Was brauchst du denn für welche? Uzi-Munition, wenn du hast. Was ist das? Äh, keine Ahnung. 7,62er, glaube ich. Ne, 9mm, ja. Auto? Na, ne, Boot. Jawohl, gell. Wo? Auf dem Wasser. Kann man wieder draufschießen? Da hinten fährt ein Boot, ja. Hä, wo? Ja, jetzt ist es schon weg. Ja, komm, wir gehen jetzt, oder? Hm? Alter, hoch, komm. Sorry, ich wollte Deckung geben, aber... Ja, zu zweit ist halt besser. Wir hätten den bestimmt erschossen. Ich habe ihn zumindest schon mal getroffen. Und dann, wo ich weggerannt bin, hat er mich halt angeschossen. Ja, gut, auf mich wurde halt auch geschossen, dann. Das war das Problem. Gehen wir mal da rein, und dann kann ich dir vielleicht Munition mal geben. Ja, ich guck mal, ob ich selber... Vielleicht ist da auch noch Munition drin. Mal schauen. Ah, ich habe sogar schon geguckt. Da war welche. Sonst ist ja nichts mehr, ey. Hast du ja echt vergessen. Weiter geradeaus, oder? Oder wohin? Geradeaus, glaube ich, müssen wir. Jetzt habe ich noch mehr Schuss, cool. 35. Oder vorne so ein... Ja, geradeaus und uns mehr rechts halten, glaube ich. Dann kommen wir direkt auf die Mitte. Da vorne ist so ein mobiles da jemand drin. Siehst du das hier? Rechts. Sehe ich nicht. Ich habe nichts zum ranvisieren. Ich habe ein bisschen was, aber ich sehe nichts. Könnte auch wieder in der Falle sein. So wie letztes Mal. Da ist eine Tankstelle, da könnte man auch mal hin. Pass auf, ich riskiere jetzt einfach mal, oder? Ja, dann gehe ich zur Tankstelle, oder? Riskier es halt, ja. Oder? Ich besetze die Tankstelle, dann kannst du gleich tanken. Mal schauen. Oh, hier ist noch ein Verband, cool. Das ist aber keine Falle. Also, sehr gut. Man muss ja nur mal Glück haben, ne? Ja, sicher. Hm? Frisch kommst du gleich raus, dass wir weiterfahren können. Okay. So, wie rum müssen wir uns halten? Da lang, ja. Und dann mehr rechts halt. Naja, genau. Am besten zu dem Haus da hinten. Das ist direkt in der Mitte. Ja, da. Kommt vorhin, die Fahrt unten hin. So, ich kann ja auch noch schießen, so ist es nicht. Ja, hier ist eigentlich ziemlich die Mitte. Willst du da rein? So, die Türen sind noch zu. Jawohl, Red Bull. Oh, ich hör was? Auto? Irgendwo, ja. Ich geh mal hoch. Wo hast du das, wo er ausgestiegen ist? Ne. Oben ist nix. Okay. Kann ich aufmachen? Kann schon, mir ist egal. Hier ist nix, gell? Vorbeigefahren wahrscheinlich. Sollen wir weiter? Jo, können wir eigentlich. Also. Wiehst du? Ja, kann. Dann müssen sie uns so. Eigentlich immer geradeaus und minimal rechts halt. Den Hügel hoch, ja genau. Kommt man direkt zur Zone. Das ist immer Gipfelstürmer. Da ist halt, können auch viele Gegner sein. Ja, weiter links, bisschen links. Jetzt sind wir gleich drin. Ja. Sollen wir den Hügel hoch irgendwie? Ja, schon. Wir haben eine bessere Aussicht. Da sind nur noch 40 am Leben. Das ist das mit dem Beste hier irgendwo, oder? Ja, hier. Ja, hier. Er kämpft, er kämpft. Wofür ist jetzt hin? Ja. mal hier oben also jetzt sind wir direkt drin was ich wollte troppe glaub ich war recht ne du bist doch voll gesund ich habe irgendwas aber beim abspringen kerngesund bisch early aber war das beim abspringen manchmal wenn das falsch abspringen weil vor allem ist das auto muss halt anhalten komplett sonst kriegst du halt schaden ja ich bring eigentlich außen fahrende auto immer das mache ich mir ja auch mal daheim klappt auch immer irgendwo ist ein auto irgendwo ist ein auto komm auf den stein hoch das ist am besten siehst du es na hier bei dir bei dir ist es irgendwo hier hält am stein siehst gelbes auto ich glaube die haben mich gesehen versuch sie abzuschießen da sind zwei auch noch ich weiß aber nicht von wo da sind immer zwei von wo kommen die scheiße der penner erwischt ja einer ist tot irgendwo lebt aber noch einer wahrscheinlich da ist ja ich scheiße von wo der ich an dem baum ja toll sind viele bäume rechts von dir links von dir glaube ich jeder jawoll alter wichser du hast ihn voll umgenockt jawoll kommen zu mir schnell weil ich mich verbinden ach so ich bin gleich tot komm schnell ich probier's ich weiß nicht ob wir das noch schaffen weil das an sich dauert ja eh schon ewig lang geil hast du die beidere ausgenockt ja wie geil ich bin auch halt tot ja stehst hinten komme ich war auf dem hügel oben auf diesem stein die haben mich nicht gesehen ähm oder brauchst du selber verbandzeug oder hast du selber ja hier warte ich hab da was verband habe ich noch genug aber ich eine erste hilfe körper nehme ich gerade selber ach so du komm mal auf den stein hoch am besten dann können wir die typen mal looten die haben mit sicherheit auch noch verband und sowas ey danke dir ohne scheiß ohne dich hätte ich das jetzt hinbekommen hier war ich hier oben auf dem stein hab sie abgeknallt ich hab mich einfach hingelegt mal fertig hab die ja auch getroffen aber wo sind die sind die hier ja irgendwann muss der typ noch liegen ich weiß es nicht ach der war mehr hier wo war er jetzt hier glaube ich hier ist die box ah ok ja cool schmerzmittel gleich mal zu mir rüber ziehen energy drink verband ach ich bin eigentlich soweit voll oh der hat gute Sachen der hat vierfach zoomer wie geil Schmerzmittel kann man auch nehmen oder äh ja SKS hm irgendwo war da noch einer der müsste unten weiter liegen hier müsste der sein ah hier ist noch ein koffer ja oh der hat erste hilfe koffer sehr gut ne das ist ja richtig ich bin weg hm ich bin weg sag ich hallo wo bist du denn ne passt wir können weiter wenn du willst ja gerne oh da ist ein Fallschirm aber richtig in der nähe alter geil wo gerade vor unserer Füßen was ist denn los ey jetzt müssen wir uns halt nur beeilen versuch am besten nur einer hingehen ja das wäre gut äh das nehmen wir mal sehr gute Sachen hast du einen geilen Helm gefunden da sind richtig gute Helms drin ich habe Scharfschützengewehr gefunden aber wie geil wie heißt es keine Ahnung awm kenne ich aber nicht na scheiße jetzt hat er natürlich die Waffe weggelegt wo ich eigentlich wollte hast du die gerade aufgenommen ich hoffe nicht ne ne die ja toll jetzt hast du die Waffe schon oder ah ne da ist sie ok alles klar gehen wir ein bisschen hoch noch oder warte mal wir schauen mal ah wir müssen jetzt ein bisschen weiter rechts zeigen also vorne stand noch ein Auto von den Typen ja brauchen wir ein Auto oder ne wir sind ja schon in der Zone also es ist auf jeden Fall der Kampf wo in die Bäume stand findet ja ich würde ehrlich sagen wir verstecken uns hier irgendwie zwischen den Steinen oder ja aber die können auch von hinten kommen ja aber so schnell hoch auf die Steine kommen sie nicht hat ja vor uns auch gut geklappt ja schon dann machen wir das so würde ich sagen die Steine bieten auch relativ gut hohe Position ist immer gut gerade mit dem Scharfschützengewehr ja würde ich andere Seite dann zauber machen oder ne das ist gar kein Scharfschützengewehr na super erste Hilfe Koffer habe ich noch wenn du einen brauchst aber ansonsten hinten kommt die Zone also es kommen mit Sicherheit Leute uns entgegen gehe ich stark von aus manchmal hinter uns können auch Leute sein aber eher seltener oder glaube ich eher nicht nö vielleicht ist es nicht die Idee auf jeden Fall also sehen tun sie uns eigentlich auf diesen Stein hier nicht gerade wenn sie von unten den Hügel hochkommen kann man schön snipern 18 Leute nur noch alter krass ey diese Folge ist recht spannend ich sehe jetzt noch keinen vielleicht nicht ob es so klug ist wenn wir uns beide an der gleichen Ort verstecken ja ich glaube das ist nicht so toll oder würde ich eher sagen gehe ich zu dem Stein da hinten vielleicht ja warte ich kann auch oder es ist ein wenig zu spät jetzt ich weiß es nicht oh was war das Granate Achtung irgendeiner ist hier komm aber nicht zu mir ich sehe aber auch keinen ich sehe aber auch keinen ich sehe auch keine Sau hin gibt es doch noch da hinten unten rennen 2-3 Leute sehe ich einen Hügel hoch von der rechten Seite von mir oder von dir von mir die rechte Seite da wo der Buggy steht jetzt sehe ich es aber nicht mehr hm also wir liegen eigentlich ziemlich perfekt wir sind mitten in der Zone ja die Lage ist echt geil ja nur 13 Leute scheiße man ja die schießen ja mit Granaten ja ist abartig war das jetzt für dich oder ne nix irgendwo aber leckst du wie klein die kreis jetzt mittlerweile aber ich sehe keinen mensch gibt es doch nicht gut ich denke viele wäre jetzt eben ah scheiße ich bin ausgeknockt von wo da hat einer mit einem Sniper auf mich geschossen Versuch noch zu ja gut ne geht nicht mehr scheiße mit einer AKM getötet ah da oben sieh ihn naja ach du sieh ihn naja naja aber ich treff die nicht das sind zwei Leute auf jeden Fall das war gut aus mir ah scheiße war hinter mir war einer man verdammt echt mein Gott aber sie sind zu klein ist halt ja ist heftig dann hätt ich fast keine Chance mehr man aber drei Leute habe ich getötet ja nicht schlecht steht hier immerhin nicht schlecht ja die ist jetzt auch noch nicht geschafft ja gut aber die anderen waren dann noch höher da sind dann noch ja richtig geil siebter Rang immerhin was das Team angeht ja das muss man erstmal nachmachen Top 10 ist schon mal drin hehehe na cool Leute fast eine halbe Stunde aufgenommen und eckel schon pur würde ich sagen oh das war echt die geile Folge ja also gut ja da würde ich sagen danke nochmal dass ihr eingeschaltet habt genau und bis zur nächsten Folge von Battlegrounds von Battlegrounds Ciao Ciao Tschüssi bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal